Der Redakteur liest die Würfel irgendwie anders, wahrscheinlich alchemistisch. Er fügt auf jeden Fall die Schafe dazu und erhöht die Zahl der Würfel auf 10. Klar. Die Mathematikstudenten machen ein Würfelspiel. Sie ergänzen die Würfelpunkte. Die Biologin schließlich findet die Würfel in diesem Zustand. Sie findet auch den Schatz und möchte die Welt vor ihm schützen. Sie füllt eigene Zeichen ein und malt Zeichen auf die Stecketiketten. Es gibt aber Zeichen, die nicht auf den Stecketiketten auftauchen und auch nicht in den Spielregeln erwähnt sind. Das ist doch nicht so schlimm. Oh doch. Erst der spitze und ziehende Einstichschmerz und dann, wenn das Blut in die Kanäle fließt, ein endloser, dumpfer Druckschmerz. Das halte ich einfach nicht aus. Sie wünschen eine Blutabnahme unter Narkose. Genau. Und ich habe mich doch schon erkundigt. Und danach lasse ich mich einfach mit dem Krankentransport nach Hause kutschieren. Denn schließlich war ich noch nie richtig krank und ich zahle Monat für Monat horrende Summen. Bitte? Leichenbakterien. Und wir würden ganz gerne wissen, wie die in ihren Mund gekommen sind. Hatten Sie vielleicht in der letzten Zeit Kontakt zu einer anderen Person? Ich meine, Intimkontakt? Wo ist die Leiche? Frau Granter, haben Sie in der letzten Zeit jemanden kennengelernt, mit dem Sie, naja... Irgendwelche Partys? Kontaktbörse? Singletreffs? Hallo? Ich glaube, ich hole noch lieber einen Schluck Wasser, oder? Hallo, von mir aus. von unserem